Neue iCade-Software im Schnelldurchlauf, die es in den letzten Monaten in mein Blickfeld geschafft haben. Einen wunderschönen guten Tag dazu. Der erste Titel nennt sich Spellsword und hat versionenlang es nicht vollbracht, diese iCade-Steuerung in das Spiel zu integrieren, obwohl sie angekündigt war. Das letzte Update hat nun Besserung gebracht. Titel Nummer 2 ist ein Neo Geo-Klassiker bockschwer. Ich würde sogar fast behaupten, unspielbar, wenn man nur auf die Touch-Steuerung angewiesen ist. Haptische Tasten bringen jedoch Glück und Segen. Titel Nummer 3 nennt sich Dynamite Jack und ist so ein bisschen Stealth-Schleichen und aus der Galkonschmiede und total toll. Titel Nummer 4 nennt sich Super Lemonade Factory. Total simpel, total charmant, ein Puzzle-Plattformer mit super netter Retro-Optik. Titel Nummer 5, ein Name, der mir sehr schwer fällt auszusprechen. Arkane the Kunuchi, vielleicht? Ja, ehemals Xbox Live Arcade-Titel. So ein weiblicher Ninja, erinnert an Shinobi aus alten Sega-Zeiten. Der sechste und damit letzte Titel, zumindest für heute, nennt sich Gunman Cliff. Ein Strichzeichnungs-Highlight, wenn man so möchte. Sieht optisch total toll aus. Erinnert spielerisch an alte Mega-Man-Zeiten. Das sind sechs Titel, die man sich als ICAID-Besitzer nicht entgehen lassen sollte. 10. 10. Untertitelung. BR 2018